Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungs... Welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird... Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk! Schau mir das! Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann zahlt ihr... Wenn entlösen wir die Westfront, haben sie noch zwei... Ich habe mich klar gelobt! Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Busse! Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilen. Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch kein neustes deutschen Volk! Die 9. Armee ist in der Hand. Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Gamerade, weiss! Sie ist die 9. Armee. Sie werden nicht gestiegen, so was Sie... Ich bin schon gut, bei einer... Wir stellen! ARD Text im Auftrag von Funk